Hallo, hier ist wieder euer Clemens mit Kraymen. Hi! Wenn ihr euch wundern solltet, warum die Videos bei YouTube so auseinanderhängen, das liegt daran, dass meine Kamera die Videoschrift mir anzeigt, wie viele Minuten mögliche sind. Ihr könnt euch in meinem Geist behergehen, aber sie werden mit dem Geist behergehen. Wie ihr könnt die Kraymen? Es ist nur ein Geist, das Hoge mich zu machen. Wir haben es euch nicht gelesen hier in der Mitte. Wie ihr euch gehört? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann wird das auch geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh. Und jetzt habe ich auch noch nicht viel gelernt, aber inzwischen schaut jetzt besser die Gegner von Halbzeit. Also habe ich einen Leveren Schacht mit 24.0. Also habe ich einen Leveren Schacht mit 24.0. Hä? Papa? 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 So, jetzt irgendwo hier ist fester Boden, also wenn sie das jetzt hochfettet. Dann gleich wieder rein, nein, so ist es nicht. Okayابfisch? Am du STR 저도 nicht? Die sind избらい davon aus. Okay. Das ist schon dadurch, dass ich ein bisschen aufpassen muss oder mich konzentrieren muss. Jaja, geheime Tistenen, die hat jetzt schon nicht mehr, aber die ist über den Fingerbereich. Das wird witzig, pass mal auf, ich will das hellen, warum? Das ist ein Typ, der hält sich für den besten Sargschutz. Na also, er kann schießen, aber es tut nicht so gut. Hallo, wer mag meinen Eis zu betreten? Wie hört ihr? Wie hört und seht, das gebe ich dem nicht. Kannst du mal ich noch sagen? Die Räume, die gehen zu, wenn man reingeht. Deswegen überlege ich jetzt mal eben kurz.